Das ist schlecht. Diese Leute haben das Beste, was das Militär zu bieten hat. Wenn Joker das Zeug in die Finger kriegt, du weißt schon. Wird er nicht. Ich lasse es nicht zu. Warum schickt man in eine solche Ecke, wo nur Bandenkriege, Kriminelle und sonst was die Kontrolle übernommen haben, einige wenige mit dem besten Equipment rein und, naja. So, was haben... Jemand in diesem Raum benutzt ein Störgerät. Ich muss ihn ausschalten, damit ich den Raum nach weiteren Zielen absuchen kann. Na toll. Ich bin nur Assistenzärztin. Ich weiß nicht, was hier los ist. Was? Eine Assistenzärztin? Nein, du hattest schon die letzte. Schlapp dir den Rest der Waffen und stapel sie da drüben. Ah. Da ist derjenige mit dem Störsender. Es gibt nichts Besseres. Mit diesen Babys in der Nähe dreht sämtliche Elektronik völlig deutsch. Jetzt hör auf zu labern und beweg dich. Genau. Den da müssten wir ausschalten. Die Frage ist bloß, wie... Ah, hat Ihnen Angst. Und dann können wir uns das erst mal, äh, ansehen, wie wir das machen. So, die Frage ist bloß, wie wir das hinkriegen, weil der Typ ist nämlich ziemlich phlegmatisch und bleibt auf einer Stelle stehen. Du gehörst uns. Tu mir einen Gefallen und versuch nicht wegzulaufen. Würde dich nur ungern beschreiben. Haben wir hier noch irgendjemanden, den wir einfach so erwischen? Ja, wäre doch schade, eine Kugel da rein zu jagen. Ich bevorzuge einen Hammer. Ich finde das irgendwie persönlicher. Das spürt man jeden Treffer. Na toll. Da kommt ein Verständnis für die Komplexität des menschlichen Körpers, während man ihn zu Brei schlägt. Das ist ja liebevoll von dir. Nein, nein, nein. Man macht das dann schon sehr theatralisch. So, ich schalte den mal aus mit dem Störsender. Vielleicht haben wir dann nicht solche großen Probleme. Ja. Ah, viel besser. Fünf Bewaffnisse. Ähm. Die Geisel als Geisel. Kriegen wir so nicht frei, ne? Ja, das machen viel zu riskant. Wenn ich jetzt hinter den gleite und den geräuschlos ausschalte, ich denke, das ist viel, viel riskanter als... Wir probieren's. Wie macht er das nur? Was ist los? Es ist ein Versuch. Lass ihn. Wir müssen uns jetzt um wichtigere Dinge kümmern. Verstecken Sie sich. Los. Diese Leute sind verrückt. Geisel. Los, versteck dich. Ja, hast du gut gemacht. Das ist sehr unauffällig, wo du da bist. So. Joker. Yeah. Er ist auch mal wieder da. Ihr habt den Boss gehört. Oh, oh. Wenn's geht, würde ich den letzten erwischen. Oh Gott. Leute, bewegt eure Ärsche her. Aber das geht nicht. Das wird nicht funktionieren, oder doch? Mal schauen. Hörst du mich? Wach auf. Nein. Geht nicht. Schade. So. Und nicht umdrehen. Sonst habt ihr die Geisel. Okay. Vier Leute noch. Vier. 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 Zeig dich, Feigling. Ich bin nicht feige. Ich bin taktisch. Das ist alles Taktik, was wir hier machen. So, den kriegen wir nicht, ne? Nee, den krieg ich leider nicht. Den auch nicht, denke ich. Okay, ich nehm den. Ich nehm den doch. Der stand gerade günstig. Da kam gerade ein Y eingeblendet. Den können wir dann nehmen. Hey. Wieso? Wer hat mich entdeckt? Wer war das? Du nicht? Oh, du denkst, du kannst dich da oben verstecken? Falsch gedacht. Schießt ihr gerade auf mein, äh, Ding? Nee, ne? Das ist aber nicht nett. Jetzt, äh, zerstört er hier gerade meine... Hä? Ich bin mir sicher, dass es von da kam. Tschuldigung. Zeit zu sterben! Das war irgendwie nicht der Plan der Sache. Egal. Ich hab ihn! Ja, ja, komm. Wir hauen noch mal ab. Das haut nach oben ab. Er wachsam. Das kann von überall her kommen. Wie gesagt, ich hau mal ab. Und so war es eigentlich gar nicht geplant. Aber wir haben noch einen. Und einen kriegen wir doch locker irgendwie... Hallo? Locker irgendwie hin. Wenn ich wüsste, wo er ist. Du, Henker bist du, Batman? Eine Fledermaus. Oder ein Mann im Anzug. Je nachdem, wen du fragst. So. Hallo. Und bleib unten. So. Kann ich jetzt mit der netten Ärztin reden? Ich lege hier auf meinem Schlabebett und ihr volle Idioten könnt nicht mal jemanden aufhalten, der sich als Flädermaus verkleidet. Ich habe die Waffen gebraucht. Jetzt muss ich wohl oder hebel. Ups. Entschuldige, Bat. Beinahe hätte ich es verraten. Ja. Aber du bist ja nicht Harley. Harley hätte es verraten. Du bist Joker. Du behältst noch Sachen für dich. So, Fiona Wilson habe ich gerettet. Die gute Frau sieht sehr glücklich gerade aus. Ich rede trotzdem mal mit ihr. Gut festhalten. Warum nimmt er sie jetzt mit? Keine Ahnung. So. Hallo. Vielen Dank. Was tun Sie hier in Arkham City? Ich bin in Arkham City? Was zum Teufel mache ich hier? Ich wurde vor dem Krankenhaus, in dem ich arbeite, entführt. Ich wurde betäubt und bin anschließend oben in einem Gebäude aufgewacht. Die Person, die hier das Sagen hat, lässt Ärzte holen, um den Joker zu heilen. Sie hatten offenbar Pech. Er stirbt, nicht wahr? Sieht ganz so aus. Ist es schlimm, darüber nicht traurig zu sein? Was jetzt? Sie müssen hierbleiben. Verstecken Sie sich, dann wird alles gut. Ich komme wieder. Und als Assistenzärztin. Ich bin's. Joker stiehlt seine Waffen nicht von Strange, sondern er wird von ihm mit Waffen beliefert. Bist du sicher? Natürlich bist du das. Wieso sollte er das tun? Vielleicht versucht er denjenigen, der die Straßen kontrolliert, zu manipulieren. Ich finde es heraus. Okay, aber solltest du vorher nicht Rath suchen? Das mache ich jetzt. Keine Sorge, Barbara. Genau. Eins nach dem anderen. Erst Rasa Ghul und dann den Rest. Und als Assistenzärztin hat sie keinen Kommentar zu seiner ungesunden Hautfarbe und zu den Adern, die in seinem Gesicht gerade entstehen. Da hat sie nichts zu sagen, oder? Ich wurde vor dem Gotham General entführt. Naja, da bist du jetzt nicht mehr. Okay, ähm, die Frage ist, wie er im Übrigen von da hinten sich nach hier hin abseilen konnte. Und die zweite Frage, die ich natürlich habe, ist, wo ist der Eingang? Ins Versteck der Assassinen. Ich nehme mal diese Tür. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich irgendwelche Zähne klappern höre, aber nein, es waren nur Regentropfen. Und wo bin ich denn nun? Stellte wie Gotham werden wachsen und der Hölle gleicht. Die sich ihren Weg über die Bürger steigen. Und was ist mit Batman? Nein! Nicht sterben. Bruce, nicht sterben. Schön aufstehen. Du hast das Gift von Scarecrow schon mal überlebt. Auch das hier wirst du überleben. Oh, das sieht ja hier herrlich aus. Ähm, so richtig, richtig schön. Was? Wer? Wo? Wie? Oh, oh. Ähm, will ich hier wirklich rein? Und wie kam der hier rein? Also ganz ehrlich, wie kommt dieser Clown hier hin? Also Clown verschnitt hin, wenn die Türen nur mit Strom aufgehen? Und wer redet hier? Und warum? Und wieso? Oh, oh. Ach, nüch doch. Kinder. Ich hab's doch eilig. Ja, komm. Ich muss mal kurz ausweichen. Und du auch noch. Also dafür, dass er todkrank ist, ist er noch ziemlich fide, der gute Batman. Und wenn nötig vor den schlimmsten Sünden bewahrt. Ich glaub, da geht's abwärts. Hallo. So. Ich komm da mal nach unten. Oh. Ich komm nicht nach unten. Ich, äh, leg nur das Ding frei, damit ich hier den Strom aktivieren kann. Ungefähr so. Und. Wir sind in Wanda City angekommen. Möchte ich hier sein. Fundbüro. Entdecke das Geheimnis von Arkham City. Das ist das Geheimnis. Diese Welt ist verdammt. Ich glaub, ich bin in einer Art Bioshock gelandet. Falsches Spiel, aber egal. Ähm. Das sieht doch so aus wie Temple of Wanda City. Der Tempel von. Wanda City. Und hier sind überall diese komischen, ähm, Roboter. Und wie kam der Riddler hierher? Ganz ehrlich. Wie hat's der Riddler hierher geschafft und wieder raus? So unrealistisch. Der Kanal des Senders geht hinter dieser Tür weiter. Aber die sieht aus, als wäre sie seit Jahrhunderten versiegelt. Die Assassins müssen einen anderen Weg benutzen, um durchzukommen. Das müssen die berühmten mechanischen Wächter von Wanda City sein. Offenbar verfügten sie über ein recht fortschrittliches Innenleben. Es gibt eine Art Speicherband. Erinnert fast schon an primitives Video. Vielleicht kann ich es scannen und analysieren. Was ich mich echt frage, ist, ob in den Batman-Comics dieses Wanda City auch vorkommt. Aber andersherum muss es ja wahrscheinlich vorkommen. Denn sonst würde es in dem Spiel hier nicht erscheinen. So empfangene Daten. Wahrscheinlich reicht das nicht. Verdammt, die Daten sind unvollständig. So fortschrittliche Technologie hat damals eigentlich noch gar nicht existiert. Es scheint, als seien die Daten in einem geteilten Speicherbereich abgelegt worden. Vielleicht bekomme ich die Informationen von den anderen Wächtern hier unten. Ich bin hier weit voraus, mein guter. Ich bin ja schon dabei, die anderen Wächter zu suchen und zu scannen. Guck mal, hier steht noch einer. So, wir sind gleich bei 50%. Dann fehlen nur noch 3. Vielleicht auch nur 2. Äh. Wo kommt ihr denn her? Und was zum Teufel? Nein, 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 nein. Aus. Aus. Ich sagte aus. Aua. Oh. Äh, ich sehe sie gerade nicht. Wo ist sie denn? Okay. Okay, das mit dem Betäuben funktioniert doch am besten. Wenn man die betäubt und dann K.O. schlägt. Das geht, glaube ich, wirklich am besten. Weil sonst weichen die immer aus. Und das ist nicht so angenehm. Und witzigerweise sehen die auch alle gleich aus, die Assassinen. Und ich habe mich ja schon beschwert, dass es zu wenig, äh, Frauen, äh, gibt. Es sind ja alles immer nur Männer, die wir hier haben. Ähm, aber ganz ehrlich, ja, es gibt hier halt auch einige Frauen. Und guckt mal, ich habe gerade gesehen, man kann hier halt auch neue Ausrüstung freischalten. Ich habe mich immer gefragt, wo es die gibt. Aber da ist sie versteckt. Ähm, ich kann ja mal ganz kurz einen Blick blicken. Wobei, das machen wir bei der nächsten Stufenaufstieg, weil dann ist Batman gepanzert. Ne? Ich sage ja, in jedem Spiel erstmal, in jedem Batman-Spiel erstmal die Ausrüstung nach hinten. Als erstes Wichtiges, was ich brauche, ist immer brav. Die Panzerung, damit er ohne größere Probleme durch die Welt kommt. So, was? Riddler-Markierung? Hä? Schön. Ich dachte, das wäre ein Roboter. Aber nein, das war ein Riddler-Rätsel. Das wusste ich nicht. Aber es war einfach nur eine normale Leiche. So, und jetzt ist die Frage, wo sich die restlichen Roboter verstecken. Na, kommt. Putt, putt, ich suche euch. Meine lieben Roboter, ich brauche noch ein paar Daten von euch. Und die Frage ist, ob die sich hier unten noch befinden oder ob die oben sind. Scheint bequem gewesen zu sein in dem Schaufenster. So, da haben wir noch einen. Verbinde. 60 Prozent. Der wird doch aber nicht reichen. Nein, natürlich nicht. Reicht nicht. Wie immer. Ne, der liebe Batman. Ist das ein Roboter oder ein Mensch? Ne, das ist eine Assassinen. So, na, dann gucken wir mal, ob oben vielleicht noch welche sind. Ist hier irgendwo ein Roboter. Da ist einer. So, ich verbinde mich. Kommen wir bei 80 Prozent wahrscheinlich an. Oder sogar drüber. Der ist ein bisschen widerstandsfähiger. Und ich höre Musik. Ja, komm her. So, einmal K.O. Schlangen. Und die auch. So, sehr schön. Dann haben wir das Problem gelöst. Wie ist der Riddler hierher gekommen? Wie hat er das geschafft? Wie schafft das der Riddler hierher zu kommen? Ganz ehrlich. Das ist doch... Hä? Ähm. Da hinten ist eine Plattform. Hier ist eine Plattform. Ist die Reihenfolge wichtig? Wir gucken. Bevor ich hier weg bin. Ich muss mal ganz kurz den Jungen hier scannen. der da auf dem Boden liegt. Sonst finde ich den, glaube ich, nie wieder. Natürlich. Du gehst auch wieder kaputt. So. War zu langsam, oder? Ja, man muss hintereinander weg. Ich sehe es. Man muss sozusagen von dem auf dem anderen fallen. So. Also. Dann ist sozusagen hier rüber. rüber. Und dann müsste man hier rüber. Und dann öffnet sich das Ding und dann können wir es auch mitnehmen. So. Okay. Das Riddler-Rätsel haben wir hingekriegt. Aber die Frage ist natürlich wieder mal, Wo ist die letzte Wache? Äh, der letzte Roboter? Wieso kann ich denn nicht da nach oben? Wenn hier doch gar nichts ist. Gucken wir mal. Versteckt sich hier oben irgendwo noch so ein mechanischer Kumpel, den wir vielleicht scannen können. Ich glaube, hier drinnen versteckt er sich. Ja, hier ist er. So, das reicht hoffentlich. Jetzt kommen wir bei 100%. Denke ich an. Ja. Die zusammengesetzten Überwachungsaufnahmen zeigen, wo die Attentäter hingegangen sind. Sie wird einen Geheimgang passiert haben. Ich muss ihn finden. Na, das ist doch leicht. Da wissen wir doch sogar, wo das ist. Denke ich. Gucken wir an. Hier steht neben der Tür. Schön das Video da oben noch eingeblendet. Das müsste hier sein. Hallo. Ja, ganz einfach. Wenn man weiß, wo es ist. Hat mal einer jemand eins? Ah, ein Schwert. Danke. Ja, das war eine Assassinen-Ausbildung. Weil so sollte das natürlich nicht passieren. Vier Stunden. No, das schaffen wir doch noch locker. Dass wir vorher sterben, meine ich. Äh, schließlich. Was? Äh, schließlich sind wir ja schon jetzt halbtot, meinte ich. Riddler-Mine mit Annäherungszünder. Sprengladung, die mit Bewegungssensoren verbunden sind. Bewegung in der Nähe führen zur Explosion. Es gibt einen Nachlademechanismus. Aha. Man kann das aber nicht aktivieren. Na gut. Riddler. Äh, ist eine nette Mine, die du da gelegt hast. Was hängt denn da? Das sieht bequem aus. Oder so. Ah, aber eine Leiter habe ich gefunden. Und die Leiter nehme ich mal. Und bin gespannt, was mich hier jetzt erwartet. Ein Schwächeanfall, glaube ich. Mal wieder. Oh, Batman. Doch nicht jetzt. Also ganz ehrlich, nicht jetzt. Das Programm speichert schon mal. Das ist gut. Oh, die Tür geht auf. Die himmlische Pforte. Ah. Die Eltern erwarten ihn. Bruce, du kannst mich hören, nicht wahr? Du musst ins Licht gehen. Dein Vater und ich warten. Wir haben dich so vermisst. Du musst es tun. Du musst es für uns tun, Bruce. Ja. Immer. Bruce. Bruce. Hörst du mich? Deine Vitaldaten, sie brechen ein. Es ist, als wären sie im freien Fall. Was immer du auch suchst, du musst es finden. Sofort. Genau. Wir suchen. Zeit bleibt mir. Oh, Gott sei Dank. Ich will nicht drum rum reden. Wenn es so weiter geht, Minuten. Ehrlich, Bruce. Du musst mir genau sagen, was ich tun muss. Was soll Robin machen? Du weißt, wenn du nicht... Ich schaffe es. Ja. Er schafft alles. Er ist Batman. Ich glaube nicht, dass er das hier schafft. Ja. Ich weiß, dass er es schafft. Natürlich. Aber ich muss sagen, cool gemacht ist das hier trotzdem. So. Hallo. Ist jemand zu Hause? Hier kommt eine kranke Fledermaus. Ich bräuchte mal Hilfe. Kammer des Dämones. Ja. Bitte nicht angreifen. Bitte nicht angreifen. Also wirklich. Ich bin krank. Ich brauche eher ein Bett und einen Arzt und so. Aber nicht angreifen. Oder Mr. Freeze, der mich heilt. Irgendwie sowas.